Der Begegnung zwischen dem EC Euler Salzburg und dem EC Kitzböhr waren zunächst beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Kitzböhrer in den blauen Dressen zunächst im Angriff versuchen es. Die Eulers gehen jedoch dazwischen. Schöner Bass, Schuss, immer noch die Kitzböhrer und abgewert von Stefan Quintus. Herrlicher Safe bei dieser Begegnung. Dann allerdings eine Möglichkeit für den Kitzböhrer. Schuss, Pass und Tor, das ist ein Treffer. Ein Stürmer des EC Kitzböhrer war völlig frei und von den Verteidigern sträflich in den Stich gelassen und die logische Konsequenz ist ein Gegenreffer. Unhaltbar für Stefan Quintus im Tor der Eulers. Jetzt aber. Immer noch die Kitzböhrer an der Scheide. Abgewert von Stefan Quintus. Die Eulers können sich befreien und befördern den Puck in die gegnerische Hälfte. Schöne Aktionen und natürlich wie man vielleicht im Hintergrund hört eine gute Stimmung in dieser Begegnung. Jetzt aber die Kitzböhrer im eigenen Verteidigungstitel. Gut geblockt von einem Spieler des EC Eulers Salzburg und Arzium Konowalow wurde das erste Mal in dieser Begegnung gebrüht. Immer noch die Eulers an der Scheibe. Schuss. Abgewert. Abgewert. Aber wenn da jetzt ein Spieler der Eulers gewesen wäre, hätte es in diesem Augenblick geschäppert. Die Eulers bleiben allerdings im Angriffstitel. Schuss und daneben immer noch die Eulers an der Scheibe. Und das ist Arzium Konowalow, ein alter Bekannter in dieser Begegnung, der auch schon bei den Repuls gespielt hat. Die Kitzböhrer immer noch an der Scheibe. Schuss und Tor. Wieder mal wurde ein Verteidiger trefflich alleingelassen. Und das lassen sich natürlich die Kitzböhrer nicht entgegen. Zweiter Treffer. Und das sollte so weitergehen. Und der dritte Treffer war wiederum ebenso ein Verteidigungsfehler, der eigentlich nicht sein hätte müssen. Zweites Treffer. Zunächst einmal der EZ-Kitzböhrer am Buk. Wird noch abgewertet. Und Stefan Quintus konnte sich durch eine herrliche Aktion auszeichnen. War für mich natürlich der beste Spieler am Eis. Kann man echt so sagen. Und damit einen sicherscheinenden Gegentreffer verändert. Jetzt aber der EZ-Euler Salzburg an der Scheibe. Kontermöglichkeit. Schuss. Und Tor. Endlich haben auch die Eulers eingenetzt. Schöne Aktion. Keine Chance für Arzium Konowalow im Tor. Der Kitzböhrer. Ja, Gegentreffer. So verändert. Gibt es vielleicht jetzt noch einen Ausländer. Schauen wir es uns an. Zunächst allerdings die Kitzböhrer wieder an der Scheibe. Schuss. Querbaus. Immer noch die Kitzböhrer in einem Konter. Zulten 18. Schuss. Und das darf ja mal nicht wahr sein. Wieder mal ein Verteidigungsfehler. Das also. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Immer noch die Kitzböhrer an der Scheibe. Jetzt können sich die Eulers befreien. Und abgewehrt. Jetzt allerdings werden die Goals verloren. Und Tor vor dem Eulers. Der zweite Räufer. Schön herausgespielt. Und wenn wir natürlich den Goal wegnehmen, dann können wir noch Tor. Jetzt aber Schuss. Immer noch die Kitzböhrer an der Scheibe. Jetzt verlieren sie auch die Eulers. Schuss. Und zwei Spieler werden überhangen. Jetzt gibt es natürlich gleich einmal eine ordentliche Schlägerei zwischen Atium Konowalov und einem Spieler des EZOler Salzburg. Ja, hat es denn Atium Konowalov eigentlich notwendig, so eine Aktion zu erfüllen? Naja. Jedenfalls gibt es zu Recht eine Matchstrafe für Atium Konowalov. Der damit wohl mehrere Spiele gesperrt sind wird. So kommt wenigstens der Ersatzgoal an der Puck. Und macht seine Sache ganz gut, sodass der Endstand in dieser Begegnung auch bereit zu haben in Laufgebiet.